Das Reporter-Mobil unterwegs. Direkt vor Ort greift es die Leser-Themen auf. Staat ist im ländlich geprägten Hambach, ein Stadtteil von Taunusstein. Mit dem Reporter-Mobil will die Redaktion wieder zurück zu ihren Wurzeln, zurück auf die Straße, zu den Leuten, zu den Bürgern. Wir werden ein Ohr aufs Gleis legen, um zu hören, wo der Schuh drückt. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten im gesamten Wiesbadener Stadtgebiet sowie im Rheingau-Taunus-Kreis unterwegs sein und wirklich alle Kommunen mit allen Stadtteilen abklappern. Bürgermeister Sandro Zehner und Ortsvorsteher Kurt Bücher sind Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Interessen der Hambacher. Darunter Fragen zur zukünftigen Bebauung oder zur dürftigen Mobilfunkanbindung. Dann haben wir gesagt, okay, wir stellen euch eine städtische Liegenschaft zur Verfügung oder schaut mal, ob es ein städtisches Häuschen gibt, was so liegen könnte, dass wenn man dort eine Funkantenne baut, man eben diesen sogenannten Funkschatten, den es eigentlich wirklich nur hier unten im alten Ortskern gibt, dass man den beheben kann. Sascha Kircher und Matthias Gubow vom Wiesbadener Kurier sind aufmerksame Chronisten. Ich finde das Reporter-Mobil klasse, weil es die Möglichkeit gibt, mal so richtig bei den Leuten vor Ort zu schauen, wo der Schuh drückt, den Menschen im besten Sinn des Wortes auch aufs Maul zu schauen. Mir als Bürgermeister ist es natürlich auch eine willkommene Gelegenheit, wie heute hier in Hambach auch wirklich mal mit den Bürgern von den großen Problemen bis zu den ganz, ganz kleinen Dingen des Alltages ins Gespräch zu kommen, auch Dinge mitzunehmen, im Nachgang zu erledigen, aber eben auch Informationen zu geben. Und von daher begrüße ich sehr, dass der Wiesbadener Kurier die Verlagshäuser oder das Verlagshaus verlässt und wieder hier in der Region auch raus zu den Menschen kommt. Auch in ihre Nachbarschaft kommt demnächst das Reporter-Mobil. Und wir freuen uns auf die Begegnung und den Austausch mit den Bürgern. In der Erde, überall ist Sonnenschein, im Besten Service und wirklich faire Preisen, werden wir ihr guter Energieanbieter sein. ESWE. Darauf können Sie sich verlassen. ESWE. Komm!